Hallo zusammen, hier ist Jan von Brettspielerklärt. Wir spielen wieder einmal Der Herr der Ringe das Kartenspiel, und zwar die Gefährtenkampagne. Ich habe die ganze Playlist unten mal in der Videobeschreibung verlinkt. Also solltet ihr die anderen Folgen noch nicht gesehen habt, schaut da gerne mal rein. Wie ihr seht, es hat sich hier schon einiges geändert, wenn ihr euch mal meine Helden anguckt. Wir haben es nämlich im letzten Szenario geschafft, erfolgreich nach Bruchthal zu kommen und haben jetzt als erstes den Rat von Elrond vor uns stehen. Ja, ich zeige jetzt einmal hier kurz die Kampagnenkarte. Wir spielen ja im Kampagnenmodus. Wie ihr sehen könnt, dürfen wir jetzt einmalig unsere Helden ändern. Das habe ich auch reichlich gemacht. Und zwar ist das so ein bisschen, normalerweise erhöht sich dann der Bedrohungsgrad von uns, aber dieses Mal jetzt nicht. Wir haben auch eine Gunstkarte erhalten, direkt in unsere Hand rein. Das ist das Schwert von Gandalf. Dementsprechend habe ich Gandalf natürlich mal direkt mit in meine Party aufgenommen, oder in meine Heldengruppe. Ja, ich hatte eh geplant, meinen Helden mal ein bisschen zu ändern. Ist ja, glaube ich, ein bisschen spannender für euch, wenn ihr mal ein paar andere Decks seht. Aber ja, wie die Karte gesagt hat, durfte ich das jetzt sogar machen, ohne den Bedrohungsgrad zu erhöhen. Ich fange mal an, dass ich, wir haben weiterhin natürlich Frodo Beutlin. Dieses Mal haben wir aber ein bisschen eine andere Version von ihm. Der hat auch eine etwas andere Fähigkeit. Der kann nämlich ganz gut verteidigen jetzt. Der Angriff macht nämlich dann keinen Schaden auf ihn. Wir wollen natürlich eigentlich nicht mit ihm verteidigen, weil wenn er stirbt, haben wir natürlich verloren. Er hat die Ausrüstung, die wir auch schon die letzten paar Male hatten. Er ist nämlich ein adliger Held geworden, wodurch auch seine Willenskraft um eins erhöht ist. Wir haben Merry weiterhin bei uns. Das ist jetzt nur eine andere Version von ihm. Er hat ja jetzt hier die blaue Farbe und auch ein bisschen eine andere Fähigkeit. Er ist gut, um unseren Bedrohungsgrad niedrig zu erhalten, weil, wie ihr jetzt gleich seht, wegen den beiden Helden ist unser Bedrohungsgrad sehr, sehr hoch. Und diesmal haben wir, ja, Gandalf haben wir schon öfters gesehen in der Kampagne bisher als Gefährte. Aber dieses Mal haben wir ihn richtig als Held. Das heißt, Gandalf wird uns jetzt die ganze Zeit unterstützen. Jetzt, wo wir uns genau Richtung Mordo aufmachen. Und zum Schluss, ja, das ist jetzt ein bisschen Alternativgeschichte. Elrond hat sich entschieden, uns anzuschließen. Das heißt, er kommt jetzt doch direkt mit. Zumindest ein Stück des Weges. Mal schauen, wie lange ich ihn mitnehme. Aber ich dachte mal, thematisch passt das jetzt ganz gut, dass er mit uns zieht. Er hat eine ganz gute Fähigkeit. Er kann besonders gut Gefährten ausspielen, nämlich auch von anderen Farben außer Grün. Und genau, hat eine Fähigkeit, dass er nochmal Heilung verbessern kann. Ja, die beiden letzten Helden sind natürlich sehr, sehr stark. Die haben einen hohen Bedrohungswert. Ja, bis jetzt hatte ich ja dadurch, dass ich Hobbits hatte, einen eher niedrigeren. Und wir haben noch eine extra Bedrohungsgrad bekommen, da wir ja Sam im vorletzten Szenario weiß ja, glaube ich, ihn verloren haben. Das erhöht immer den Bedrohungsgrad. Dementsprechend habe ich natürlich das Deck auch angepasst. Ich zeige jetzt hier einmal ganz kurz, genau angezeigt im Bildschirm, wie das aktuelle Deck aussieht. Aber dann schauen wir uns mal die aktuelle Mission an. Der Rat von Elrond. Da ist ja ein bisschen Flavortext. Ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen lesen. Die Vorbereitung habe ich soweit schon abgehandelt. Ich habe ein paar Karten aus dem Begegnungsdeck rausgenommen und das dann gemischt. Genau, dann drehen wir die Karte einmal um. Und hier zeige ich euch einmal, genau, was hier passiert. Das ist auch natürlich wieder, genau, ein bisschen was zu lesen. Ich erkläre euch das aber einfach direkt mal. Wir haben nämlich jetzt eine normale Planungsphase und dann müssen wir hier ein paar Karten aufdecken und kriegen dann auch eine davon kostenlos können wir ausspielen. Eine kriegen wir oben in die Hand, eine aufs Deck, eine unters Deck. Ja, nicht ganz. Eine in den Ablagestapel und eine wieder zurück ins Deck. Genau, das mache ich jetzt gleich sofort am Ende der Planungsphase, aber beginnen wir einfach mal mit der Planungsphase bzw. mit der Ressourcenphase. Normalerweise würden wir natürlich eine Karte ziehen, aber wir haben immer noch Gandalfs Verspätung da. Ich weiß jetzt gar nicht, thematisch macht das natürlich überhaupt keinen Sinn, dass wir Gandalf immer verspätet ist, weil Gandalf ist ja hier. Aber ich würde es so verstehen, dass sie bis zum Ende der Kampagne mit uns bleibt und wir einfach in der ersten Runde nie eine Karte ziehen können. Korrigiert mich da gerne mal, wenn ihr da mehr Infos habt. Aber was wir natürlich auf jeden Fall bekommen, sind eine Ressource für jeden Helden von uns. Ja, ich zeige einmal ganz kurz meine Handkarten. Genau, wie ich euch gerade gezeigt habe. Das Schwert habe ich als Extrakarte in meine Hand bekommen. Ein paar Verbündete, den Ring hier, der ist ganz wichtig, den spiele ich gleich direkt aus. Genau, aber den Rest seht ihr jetzt. Dann beginne ich nämlich mit der Planungsphase und spiele als allererstes einmal die. Dann darf ich ja zwei Karten ziehen und muss dann eine wieder ablegen. Da habe ich sogar noch mal so eine gezogen. Und genau, schadet eigentlich nicht, die auch direkt zu spielen. Achso, ne, ich muss ja erst noch eine Karte ablegen. Ich lege jetzt einfach mal diesen Verbündeten hier ab. Den brauche ich gerade nicht. Und genau, dann spiele ich die andere Karte. Ziehe zwei Karten und werfe eine ab. Dann habe ich die beiden. Und ich habe auch hier das Kettenhemd gefunden. Was natürlich sehr cool. Ja, muss jetzt aber eine Karte abwerfen. Und ich glaube, ich werfe tatsächlich dieses Kettenhemd ab. Auch wenn das thematisch natürlich sehr cool ist. Aber mit dem Ringträger plane ich ja eh nicht zu verteidigen. Beziehungsweise hat er ja eh eine Fähigkeit, wodurch er keinen Schaden bekommt durch den Angriff. Deswegen glaube ich, brauche ich die Karte nicht. Ja, beginnen wir einmal damit, dass ich das Hobbit-Pony spiele. Das kostet null. Das kann ich jetzt an Merry anlegen. Und das ist eine ganz coole Sache. Ich kann dann erst mal, ich kann Merry damit quasi nachträglich sich dem Abenteuer stellen lassen. Ich kann also erst mal warten, was kommt. Und dann als Abenteueraktion, wenn die Karte aufgedeckt wurde, dann doch noch sagen, ja, ich setze doch jetzt das Pony ein, um Merry nachträglich sozusagen den Abenteuer zuzuweisen. Das ist vor allem gut mit seiner Aktion hier, dass er darauf reagieren kann, wenn ein Gegner gezogen wird, den Bedrohungsgrad zu reduzieren. Das heißt, ich kann jetzt immer warten und erst gucken, was kommt, bevor ich was mache. Dann gebe ich einmal eine Ressource von Elrond aus, um Hanamath Flusslead auszuspielen. Den kennen wir auch schon. Das ist einfach ein sehr günstiger Verbündeter, mit dem ich quasi hier drunter schauen kann. Ja, das kann ganz hilfreich sein. Dann gebe ich eine Ressource von Frodo aus und von Merry. Oder nee, nicht von Merry, sondern von Gandalf. Ach genau, habe ich gar nicht ganz vergessen. Mit Gandalf spiele ich immer mit der obersten Karte offen. Und ich kann die oberste Karte vom Deck auch immer spielen. Das heißt, das mache ich mal eben. Okay, dann kann ich die sogar jetzt umsonst spielen. Soll ich das machen? Ich glaube, ich warte damit. Ja, wobei, kann ich eigentlich machen, genau. Dann setze ich null Ressourcen ein, um quasi die Karte vom Deck zu spielen. Ich zeige das nochmal ganz kurz. Gandalf hat hier diese Fähigkeit. Er hat nämlich hier selber keine Farbe. Das heißt, mit ihm kann ich eigentlich nur neutrale Karten bezahlen. Aber dafür ist die oberste Karte vom Deck offen. Und ich kann dann die Karte so spielen, als wäre sie sozusagen in meiner Hand. Habe ich gemacht. Das heißt, ich ziehe dann zwei Karten. Ich darf mir die Karte auch anschauen. Sehr gut, ich habe die Pfeife gefunden. Das ist eine sehr gute Karte für Gandalf. Ja, dann habe ich eigentlich schon alle Karten gefunden, die ich für mein Deck so brauche. Deswegen werfe ich einmal diese Karte ab. Die sieht jetzt ein bisschen anders aus. Und zwar ist das ein extra Abenteuer, oder ein Nebenabenteuer, was ich ausspielen kann. Das kann ich sozusagen hier daneben legen. Und dann kann ich mich jede Runde entscheiden, an welchem Abenteuer ich arbeiten möchte. Und ja, das hat dann hier vier Fortschritte, den ich machen muss. Und wenn ich es aber schaffe, kriege ich hier natürlich eine coole Sache, dass ich mir eine Karte im Deck suchen kann. Ich habe jetzt soweit eigentlich schon alle wichtigen Karten für mein Deck gefunden. Deswegen werfe ich die Karte mal ab. Genau, dann gebe ich aber trotzdem die Ressource von Frodo hatte ich ja schon ausgegeben. Und ich gebe die Ressource von Gandalf aus, um einmal den Ring auszuspielen. Das ist ja eine neutrale Karte, deswegen kann Gandalf die normal bezahlen. Den Ring, das ist der Ring von Elrond, den lege ich jetzt an Elrond an. Und dann hat er eine sehr coole Fähigkeit, dass ich beide, also den Ring und Elrond, erschöpfen kann, um damit dann die oberste Karte vom Deck umsonst zu spielen. Das ist natürlich eine super Fähigkeit, weil ich damit mir natürlich sehr viel Ressourcen spare. Das ist natürlich auch eine super Kombination mit Gandalf. Vor allem, wenn ich das nächste noch tue, und zwar die Pfeife von Gandalf spiele. Damit habe ich jetzt die Möglichkeit, eine Karte von meiner Hand mit der obersten Karte im Deck zu tauschen. Und dann könnt ihr euch natürlich vorstellen, wenn ich jetzt eine super Karte in der Hand habe, kann ich mit der Pfeife die oben auf das Deck drauflegen und dann mit dem Ring die Karte ins Spiel bringen. Das ist so ein bisschen die Idee hinter diesem Deck. Das ist auch ja eines der stärkeren Decks, die man in dem Spiel generell bauen kann. Ich habe das bisher noch nicht gespielt, ich wollte das unbedingt mal ausprobieren. Und thematisch hat das jetzt gut gepasst. Genau, dann habe ich die Ressource bezahlt und hänge dann die Pfeife einmal hier dran. Dann würde ich sagen, mache ich das direkt auch mal. Ich erschöpfe die Pfeife, um eine Karte von meiner Hand mit der obersten Karte des Decks zu tauschen. Dann lege ich einmal den Charakter oben auf das Deck drauf. Die kriege ich natürlich dann in die Hand. Und dann aktiviere ich die Fähigkeit von dem Ring und darf dann die oberste Karte von meinem Deck umsonst spielen. Also wie man jetzt direkt schon sieht, super starke Fähigkeit. Vor allem wenn ich dann nachher sowas mit dem hier mache. Ja, dann war das schon eine super erste Planungsphase. Ich glaube, viel besser hätte die gar nicht laufen können. Dann bin ich jetzt aber mit der Planungsphase fertig. Das heißt, ich muss jetzt die obersten vier Karten von meinem Deck aufdecken. Und darf mir dann aussuchen. Das lese ich jetzt gerade nochmal nach. Genau, eine Karte, die ich für Null ausspielen kann. Ja, da ist keine schwere Entscheidung. Ich nehme natürlich Beon. Ihn kennt ihr auch schon von meinen anderen Videos. Er ist ein super Charakter. Ihn jetzt natürlich umsonst zu kriegen, ist sehr, sehr gut. Eine Karte kriege ich in meiner Hand. Da nehme ich auf jeden Fall die Karte. Die kennt ihr auch aus dem letzten Video. Damit kann ich meine Bedrohungskarte reduzieren. Und die kann ich jetzt gleich sogar noch ausspielen. Eine Karte kommt in den Ablagestapel. Da nehme ich die Pfeife. Davon lohnt es sich nicht so richtig, mehr davon im Spiel zu haben. Deswegen kommt die einfach mal aus dem Spiel raus. Und dann wird eine Karte wieder ins Deck gemischt. Genau, und dann haben wir, das war sozusagen Elrons Rat. Das heißt, das ist jetzt da alles passiert. Wir haben einen neuen Verbündeten dazu bekommen. Ja, Beon war jetzt anscheinend in der Version auch auf dem Rad mit dabei. Und jetzt gehen wir direkt zu dem nächsten Abschnitt. Den schauen wir uns jetzt mal genauer an. Ja genau, eine Sache habe ich natürlich noch vergessen. Und zwar müssen wir entweder die Gier nach dem Ring in unser Deck mischen. Das ist natürlich eine schlechte Karte. Oder wir müssen unser Bedrohungsgrad um 5 erhöhen. Ja, Bedrohungsgrad natürlich schlecht, aber so eine Bödenkarte ist natürlich auch schlecht. Vor allem begleitet die uns ja längere Zeit. Deswegen würde ich sagen, erhöhe ich mal meinen Bedrohungsgrad um 5. Ich habe auch gleich ein paar Möglichkeiten, den Bedrohungsgrad hier zu reduzieren. Genau, wir kriegen als erstes einmal einen neuen aktiven Ort. Und wir müssen auch Karten aufdecken. Erstmal versuchen wir natürlich über die Berge zu gehen. Das heißt, über den Rotorenpass. Sag ich mal kurz hier. Das ist jetzt unser neuer aktiver Ort. Okay. Und dann müssen wir, genau, aktiver Ort ist natürlich hier. Und dann müssen wir Karten aufdecken, bis wir X erreichen. X Bedrohung erreichen. X ist die Anzahl der Spieler mal 2. Das heißt, 2 würden reichen. Genau, das reicht ja schon. Wir haben einmal Creebane aus Dune Land gezogen. Oder so ähnlich. Das sind die Krähen-ähnlichen Dinge, die rumfliegen, nehme ich mal an. Die kennt man ja auch aus dem Föhn. Ja, er hat jetzt einen wenn aufgedeckt Effekt. Entweder muss ich einen Helden erschöpfen oder er kommt direkt mit mir in den Kampf. Ja, vom Bedrohungsgrad her kommt er eh mit mir in den Kampf. Deswegen nehme ich den noch einfach mal direkt mit mir. Verwickele ich den direkt mit mir in den Kampf. Und dann, wenn das passiert ist, wenn ich ihn mit mir im Kampf verwickelt habe, muss ich sofort die oberste Karte des Begegnungs-Decks aufdecken. Und hier sehen wir, genau, wie Schaden, das habe ich mich eben schon gefragt, wie Schaden auf diese Orte kommen mit so Effekten hier. Wenn aufgedeckt, muss ich da jetzt 3 Schaden drauflegen. Okay, dann kommen hier einmal 3 drauf. Genau, dann sind wir aber mit der Karte durch. Ja, mir fällt natürlich gerade auf, dass ich jetzt hier weiter aufdecken müsste. Deswegen mache ich das doch mal anders. Also das passiert dann gleich erst. Wäre natürlich klüger gewesen, ihn hier zu lassen. Und ich erschöpfe dann doch einen Helden. Und zwar erschöpfe ich mal Frodo. Dann bleibt er nämlich erst mal hier. Dann habe ich nämlich 3 Bedrohungen hier oben liegen. Und dann habe ich... Genau, mache ich das nochmal zurück. Ich mich auch einfach nochmal... Sonst war ich ja schon mal passiert. Aber genau, dann verwickele ich ihn erst mal nicht mit mir in den Kampf. Er kommt zwar gleich eh mit mir in den Kampf, aber dann habe ich die Bedingung hier. Ich muss ja so lange aufdecken, bis ich da 2 Bedrohungen liegen habe. Dann habe ich das jetzt erledigt. Genau, und dann geht es auf die Rückseite. Achso, das ist das Falsche. Dann genau geht es hier von der Karte. Dann habe ich die Seite... Ich zeige das nochmal gerade erledigt. Also ich habe jetzt so lange Karten aufgedeckt, bis ich 2 Bedrohungen liegen habe in der Aufmarschzone. Genau, und wir haben jetzt 2 Sachen, die passieren können. Das eine ist, wenn wir reisen können, dann müssen wir reisen. Und jedes Mal, wenn ein Gegner sich mit uns in den Kampf begibt, dann müssen wir einen Schaden auf den Ort legen. Okay. Und ja, hier, wie man sieht, müssen wir 8 Fortschritt machen. Dann müssen wir jetzt allerdings zuerst einmal in die Abenteuerphase gehen. Das heißt, wir können Charakter uns dem Abenteuer stellen lassen. Das war jetzt ja gerade alles nur Sachen, die passiert sind, weil wir hier auf 2 das zweite Abenteuer gegangen sind. Aber genau, was ich noch mache vorher, ist einmal Elrhons Rad einzusetzen. Damit reduziere ich meinen Bedrohungsgrad um 2. Das ist dringend nötig. Dann bin ich bei 37. Und ich kann die Willenskraft von einem erhöhen. Ich gehe jetzt erst einfach mal nur mit den beiden. Und genau, erhöhe einfach von ihm die Willenskraft. Das heißt, ich habe aktuell leider nur 3 Willenskraft. Wobei ich Mery natürlich gleich mit dem Pony nachträglich auch genau dazuholen kann. Dann decken wir allerdings eine Karte auf. Genau, wir haben einen heulenden Waag gefunden. Der ist ja erstmal nicht allzu schlimm. Zum Glück hat er eine Kampfbereitschaft von 38. Das heißt, er kämpft jetzt nicht direkt oder geht nicht direkt mit uns in den Kampf. Aber er wird einmal hier oben hingelegt. Dann kann ich jetzt aber die Fähigkeit von Mery aktivieren. Und zwar kann ich jetzt meinen Bedrohungsgrad um die Bedrohung senken, die ich gerade aufgedeckt habe. Das heißt, ich senke meinen Wert auf 35. Eigentlich ist es tatsächlich egal, weil ich habe jetzt ja nur 3 Fortschritte gemacht. Ich bin hier oben gegen 5. Das heißt, dass ich Minus 2 habe sozusagen. Und dadurch kriege ich jetzt wieder 2 Bedrohungsgrad. Ich habe mir jetzt aufgefallen, ich darf mit der Karte hier natürlich offen spielen. Ja, dann kommen wir zum Kampf. Das heißt, der Waag bleibt erstmal noch weg. Aber die Krähen hier kommen zu mir hin. Und ich muss jetzt die oberste Karte vom Begegnungsdeck aufdecken. Ich hoffe mal, das ist nichts anderes so Schlimmes. Wir haben nochmal den Waag gefunden. Okay. Ja, dann greift uns die Krähen einmal an. Ich verteidige jetzt einfach mal mit Björn. Der hat ja 3 Verteidigungen. Er kriegt eine Schattenkarte zugewiesen. Hier steht jetzt, der angreifende Gegner hält plus 1. Das ist genau kein Problem. Das heißt, er greift einfach mit 2 an. Aber ich habe 3 Verteidigungen. Das heißt, passiert nichts. Dann kann ich aber hingehen und mit Gandalf angreifen. Er hat ja 3 Angriff. Und damit kann ich dann die Krähen besiegen. Aber genau eine Sache, die natürlich noch passiert, ist, dass ich hier einen Schadensmarker drauflegen muss. Wegen dem Effekt hier. Ja, dann bin ich mit der Runde zu Ende. Das heißt, ich habe die Auffrischungsphase. Ich muss meinen Bedrohungsgrad jetzt wieder um 1 erhöhen. Und ich ziehe eine Karte, die ich jetzt natürlich kenne. Darf aber die nächste aufdecken. Und kriege ein paar Ressourcen. Das hier ist natürlich eine Superkarte, die hier oben liegt. Weil die kriege ich jetzt natürlich gleich wieder rein mit dem Effekt hier. Ja, das würde ich sagen, mache ich auch als allererstes. Das heißt, ich setze einmal den Ring ein von Elrond, um ihn ins Spiel zu kriegen. Dann decke ich die nächste auf. Dann setze ich einmal die Pfeife des Zauberers ein, um die Karte hier mit der Karte zu tauschen. Dann kann ich die Fähigkeit von Gandalf einsetzen, um die oberste Karte auszuspielen. Dabei kann ich dann auch seine Ressource benutzen und ich benutze natürlich die Ressource von Elrond. Damit kriege ich ihn dann ins Spiel. Ja, jetzt kann ich eine Verstärkung von meinem Ablagstapel zurück auf die Hand bekommen. Schaue ich mal nach, ob ich überhaupt schon eine abgeworfen habe. Ja, ich würde mal sagen, ich nehme mal das Kettenhemd. Das ist dann vielleicht doch mal relevant. Das heißt, das nehme ich FD Hand. Dann setze ich einmal die beiden Ressourcen hier an, um das Schwert von Gandalf auszuspielen. Das kann ich jetzt an einen Kriegerhelden legen oder natürlich an Gandalf. Ich lege mich das jetzt an Gandalf. Damit hat er zwei extra Kampfkraft. Das ist natürlich super. Damit kann er gleich die Waax ganz gut besiegen. Und er hat auch eine Fähigkeit, wenn ich Orks besiege. Wobei ich glaube, hier sind... Ich weiß gar nicht, ob hier richtig viele Orks drin sind. Ja, dann bin ich mit den Sachen, glaube ich, soweit fertig. Ich sollte jetzt natürlich zusehen, dass ich hier ein bisschen Fortschritt mache. Ich schicke auf jeden Fall Frodo einmal los. Dann schicke ich auch noch die beiden hier los. Und auch den Schmied, würde ich sagen. Dann habe ich noch ein paar Charaktere, mit denen ich gleich verteidigen und angreifen kann. Damit habe ich dann jetzt sechs Willenskraft für das Abenteuer. Muss dann natürlich hier noch die nächste aufdecken. Hier ist jetzt... Lege drei Schadensmarker auf jeden aktiven Ort. Das heißt, ich... Genau, muss hier drauflegen. Dann sind wir hier bei vier. Ja, dann setze ich jetzt natürlich einmal das Pony ein, um Mary nachträglich auch noch dem Abenteuer zuzuordnen. Das heißt, ich habe jetzt hier nochmal zwei mehr. Das heißt, ich habe hier acht Fortschritt. Hier liegen vier. Das heißt, ich mache dann vier Fortschritt bei dem. Dann kommen wir in die Kampfphase. Das heißt, beide verwickeln mich in einen Kampf. Und genau, ich nehme an, das passiert jetzt auch zweimal. Genau, nehme ich jetzt mal an, dass ich dann hier zwei Schaden drauf bekomme. Ich muss mal gucken. Ich glaube, dann muss ich gleich viele Schaden verteilen. Ja, genau, dann muss ich gleich sechs Schaden bei mir verteilen. Genau, jetzt muss ich überlegen, wie ich verteidige. Und genau, beide von denen greifen auch an. Dann wird auch deren Fähigkeit aktiviert. Das heißt, ich kriege auch nochmal zwei Schaden auf den aktiven Ort. Ja, ich würde sagen, ich lasse einen... Den ersten Angriff lasse ich mal unverteidigt durchgehen. Ich hoffe, das brauche ich jetzt gleich nicht. Aber mache ich einfach mal. Der verteidige Spieler legt eine Verstärkung ab, die kein Ziel ist und die er kontrolliert. Okay, ich muss eine Verstärkung ablegen. Da wähle ich dann einmal die Pfeife aus. Weil da habe ich eh noch eine zweite auf der Hand. Das heißt, die kommt einmal in den Ablagestapel. Dann greift er mit drei an. Das heißt, ich muss drei Schaden auf einen Helden legen. Da wähle ich jetzt einfach mal Gandalf. Dann hat er erst angegriffen. Den zweiten verteidige ich wieder mit ihm hier. Da decken wir auf. Hier ist kein Schatteneffekt drauf. Das heißt, er greift mit drei an. Er hat drei Verteidigungen. Das heißt, da passiert nichts. Dann greife ich einmal zurück an. Und zwar mit Gandalf und dem Pferdenleser des Nordens. Die haben zusammen ja hier fünf. Plus das Item hier sind sieben. Das reicht dann, um einen der Waage herputzukriegen. Das war es dann mit dieser Runde. Ich kriege... Genau, meine Karten werden wieder aktiv. Mein Bedrohungsgrad erhöht sich um eins. Ich darf eine Karte ziehen. Die kennen wir ja schon. Und ich kriege natürlich Ressourcen auf meine Helden. Genau, hier die obere Karte ist ja natürlich offen. Okay. Ja, ich glaube, ich habe gerade keine richtig gute Karte für den Effekt hier. Deswegen setze ich das jetzt gerade wahrscheinlich eher nicht ein. Aber eine Sache, die ich machen kann, ist, die beiden Ressourcen einzusetzen, um den Stab von Gandalf nochmal auszuspielen. Oder nicht nochmal, den spiele ich jetzt zum ersten Mal aus. Der hat jetzt einige verschiedene Möglichkeiten. Ich darf den erschöpfen, um entweder eine Karte zu ziehen, eine Ressource zu generieren oder eine Schattenkarte von einem nicht einzigartigen Gegner abzulegen. Ja, ich glaube, das Beste, was ich gerade machen kann, ist einfach eine Karte zu ziehen. Das heißt, ich ziehe einmal die Karte hier. Kommt ja vielleicht was Besseres. Bilbo ist mitgekommen mit uns. Er war doch noch nicht so erschöpft wie in den richtigen Büchern, sondern er hat sich jetzt nochmal mit uns auf den Weg begeben. Ja, ich glaube, die Fähigkeit einzusetzen lohnt sich für ihn. Ja, doch vielleicht für ihn lohnt sich das sogar. Ja, vermutlich lohnt sich das. Das heißt, ich setze die Effekt wieder ein, um die Karte hier umsonst zu spielen. Er hat jetzt auch eine Reaktion. Das heißt, wenn er ins Spiel kommt, kann ich nach einer Pfeife-Verstärkung suchen. Das mache ich jetzt auch, hauptsächlich damit die einfach aus dem Deck raus ist. Und wenn ich nachher Karten ziehe, dann genau diese Pfeife nicht mehr ziehe. Aber ich merke gerade, ich habe gar keine Pfeife, weil ich habe die nur zweimal. Einmal hier und einmal auf meiner Hand. Deswegen, genau, passiert sein Effekt dann doch nicht. Ich mache jetzt aber natürlich mal das Deck. Ja, dann gehe ich einmal hin und aktiviere ihre Fähigkeit hier. Damit kann ich jetzt einen Helden um zwei heilen. Das ist natürlich super. Damit heile ich Gandalf. Und dann aktiviert sich jetzt auch der Effekt von Elrond. Und zwar jedes Mal, wenn ein Held von einem Cut-Effekt geheilt wurde, kann ich ihn um eins mehr heilen. Das ist natürlich jetzt eine super Kombination. Damit kann ich nämlich dann sogar drei Schaden von Gandalf heilen. Ja, mehr mache ich jetzt erst mal nicht. Dann würde ich sagen, dass ich mich dem Abenteuer stelle. Mit Gandalf möchte ich gleich angreifen. Und wahrscheinlich sollte ich irgendwen in der Rückhand halten, um eventuell nochmal zu reagieren. Aber ich gehe, genau, eins, zwei, drei, vier, fünf. Und natürlich mit Frodo-Questen. Er hat drei, da sind wir bei acht. Mit, genau, bei Meri schaue ich mal wieder, ob ich seine Fähigkeit einsetze oder ihn auf das Abenteuer schicke. Dann schauen wir einmal nach. Wir decken einen Ort auf, der, genau, auf den ich gleich ja auch direkt reisen muss. Okay. Ja, dann setze ich natürlich jetzt das Hobbit-Pony ein, um Meri nachträglich hinzuzufügen. Damit kommen wir dann auf eine Quest-Stärke von zehn. Hier liegen vier. Das heißt, sechs bleiben übrig. Zwei kommen hier hin. Das heißt, vier kommen hier oben hin. Jetzt ist der Ort abgehandelt. Und jetzt muss ich einmal Schaden auf meinen, ja, nicht nur Helden, sondern Charakteren verteilen. Ich weiß ja hier, genau, insgesamt diesen Schaden hier. Ich drehe das jetzt schon mal so hin. Ich weiß ja, dass ich hiermit auf jeden Fall sehr gut drei Schaden heilen kann. Das heißt, ich lege hier drei hin. Ja, Björn kann natürlich auch einiges an Schaden aushalten. Vielleicht ist es gar nicht so dumm. Ich gebe ihm mal vier Schaden wahrscheinlich. Wobei, ich gebe ihm mal drei Schaden und zwei Schaden gebe ich noch Elrond, weil dann kann ich mit der Fähigkeit später auch noch Elrond heilen. Dann gehen wir in den Kampf über. Dann setze ich jetzt zu Beginn des Kampfes die Karte hier ein. Damit kann ich Frodo jetzt bereit machen und die Werte von dem Waage, gegen den ich kämpfe, verringern. Und zwar kommt es jetzt auf die Willenskraft von Frodo an. Sie ist ja um eins erhöht wegen dem Titel, den er hat. Das heißt, er hat eine Willenskraft von drei. Er hat eine Bedrohung von zwei. Das heißt, damit kann ich dann seine Werte um jeweils eins reduzieren. Das Ganze kostet mich natürlich auch noch eine Ressource. Das heißt also, dass er nur mit zwei angreift. Dann verteidige ich mal wieder hier mit. Muss aber natürlich noch eine Karte aufdecken. Hier ist kein Schatteneffekt. Das heißt, die wird einfach nur abgelegt. Er macht zwei Schaden. Er hat drei Verteidigungen. Das heißt, hier passiert nichts. Dann greife ich aber mit Gandalf an. Gandalf greift mit fünf an. Und sein Schild ist hier ja um eins reduziert. Das heißt, dann reichen fünf auch aus, um ihn zu besiegen. Ah, genau. Ich hätte natürlich noch zu diesem Ort reisen müssen. Das habe ich vergessen. Das ist ja ein Zwang, dass ich das machen muss. Dann bin ich wieder fertig. Ich muss einmal meine, ja, wie man hier sieht, deutlich im Vergleich zu den Hobbit-Decks, mit denen ich bisher gespielt habe, dass die Bedrohung hier natürlich ein viel größeres Problem ist. Genau. Aber dafür hat man natürlich auch deutlich stärkere Helden hier. Ich beginne die nächste Runde. Ich habe nochmal ein Hobbit-Pony gezogen. Die Karte wird auch offen hingelegt. Als allererstes setze ich wieder die Fähigkeit hier ein, um einmal Gandalf zu heilen. Haben wir gerade schon gesprochen. Dass ich damit ja mit der Fähigkeit hier dann einen mehr heilen kann. Ja, dann würde ich eigentlich sagen, dass ich die Karte einfach normal ausspiele. Das heißt, ich setze die Fähigkeit von Gandalf ein, bezahle eine Ressource, zwei Ressourcen und kriege dann noch einen weiteren Zwerg. Zu meinen Verbündeten. Den lege ich jetzt einfach mal hier so darunter halb. Wobei, da sieht man die Werte hier nicht mehr. Ich lege ihn vielleicht so hier hin. Wenn man das noch einigermaßen sehen kann alles. Ja, er hat eine Fähigkeit, dass ich jetzt einmal eine Zustandverstärkung heilen kann. Ja, habe ich jetzt gerade nicht. Aber ansonsten ist das jetzt auch kein schlechter Verbündeter. Mit ihm kann man mal ein bisschen verteidigen. Die Karte hier wird natürlich wieder aufgedeckt und wir sehen hier, dass Boromir weiterhin dabei ist in der Ringgemeinschaft. Ja, dann kann ich mich eigentlich auch wieder dem Abenteuer stellen. Ich setze Frodo ein. Also hier drei. Diesmal kann ich Elrond auch mitmachen. Dann sind wir schon bei sechs. Sieben, acht, neun, zehn, elf. Dann schauen wir mal, was kommt. Wir haben eine Karte. Ja, der hat eine Fähigkeit, dass ich jetzt ja schlechtes Wetter kriege auf dem Berg. Damit wird mein Fortschritt dadurch reduziert. Das finde ich gerade eher nicht so gut, weil ich ja gerade besonders viel habe. Deswegen reagiere ich einmal und bezahle eine blaue Ressource, um die Karte hier auszuspielen. Damit kann ich eine, wenn aufgedeckt, Effekt ignorieren und damit sozusagen diese Karte hier wirkungslos machen. Das ist natürlich super, weil dann habe ich hier oben keine Bedrohung. Das heißt, meine gesamten Werte kommen hier drauf. Fünf kommen hier drauf. Dann handle ich den Ort ab. Der hat aber keinen Schaden genommen. Deswegen passiert hier nichts. Und da kommt der Rest hier oben drauf. Und damit habe ich auch diesen Abschnitt erledigt. Und wir schauen uns den nächsten Abschnitt an. Ja, und wer die Bücher kennt, dann genau in den Filmsatz nicht, wird das nicht behandelt. Aber in den Büchern gibt es jetzt eine Begegnung mit den Warks. Das passiert hier jetzt. Wir müssen nach dem großen Rudel, heißt das glaube ich, Rudelführer suchen. Und ihn ins Spiel bringen. Genau, dann machen wir das einmal. Wir mischen wieder das Deck. Ja, wie wir sehen, der hier ist schon ein bisschen stärkerer Gegner. Der kommt jetzt erstmal in die Aufmarschzone. Genau. Dann haben wir das soweit gemacht. Dann, genau, drehen wir die Karte rum. Und wie wir sehen, wir müssen jetzt als nächstes hier zum Fortschritt machen. Genau, genau müssen wir den Gegner gar nicht besiegen. Also wir können jetzt einfach so Fortschritt machen. Hier weiter. Macht aber vermutlich Sinn, ihn auch zu besiegen. Und dann, ja, haben wir hier noch den Effekt, dass wir die Orte, die wir hier, wir müssen immer zu Orten reisen. Und immer wenn wir zu Orten reisen, müssen wir auch direkt einen Schadensmarker da hinlegen. Dann gehen wir über zur Kampfphase. Und, genau, er greift uns an. Unser Bedrohungskart ist ja sehr hoch. Das heißt, jetzt müssen wir sofort so lange Karten aufdecken, bis wir einen Waaggegner aufdecken oder ablegen. Genau, und er kommt dann mit uns in den Kampf. Genau, der Effekt, der jetzt hier oben auf der Karte steht, wird in dem Fall nicht aktiviert, weil die Karte ja nicht aufgedeckt wird, sondern sie wird abgeworfen und kommt dann mit uns in den Kampf. Das heißt, das Nachrüsten können wir an der Stelle ignorieren. Ja, dann beginnen wir mal mit dem Angriff. Und beide Gegner kriege ich ja, glaube ich, nicht bezwungen. Und einen unverteidigten Angriff möchte ich eigentlich auch nicht haben. Also, ich glaube, ich habe vergessen, Merry. Ich glaube, der ist ja dem Abenteuer dazu gekommen, glaube ich. Genau, dann fange ich mal an. Ich denke mal, dass ich ihn verteidige mit Gandalf. Und, ja, weil ich glaube, unverteidigt möchte ich hier keinen haben. Ich habe auch nichts, womit ich gerade reagieren könnte. Genau, deswegen mache ich das so. Er greift Gandalf an und hat auch einen Effekt hier. Der angreifende Gegner hat plus ein. Falls dieser Angriff einen Charakter tötet, tut er nicht. Genau. Das heißt, er greift plus eins an. Das heißt, er greift mit fünf an. Gandalf hat leider nur drei Verteidigungen. Das heißt, er kriegt zwei Schaden. Dann greift er an. Da würde ich einfach mal den Zwerg hier vermutlich opfern. Das heißt, er verteidigt. Dann schauen wir mal, was er bekommt. Der angreifende Gegner führt nach diesem Angriff einen weiteren Angriff durch. Das ist immer sehr schlecht. Genau, das heißt, er greift an und wird dadurch leider besiegt. Und, ja, wegen der Karte greift er jetzt direkt nochmal an. Ja, wenn ich den unverteidigt lasse, dann werde ich vermutlich, ja, werde ich sehr sicher einen Helden verlieren. Deswegen setze ich mal Björn hier ein, um zu verteidigen. Er greift mit fünf an und er hält hier der verteidigende Spieler, legt eine Verstärkung ab, die keine Zielkarte ist und die er kontrolliert. Sag, ich muss wieder eine Karte ablegen. Ich werde dieses Mal das Pony ablegen. Weil davon habe ich auch ein zweites auf der Hand. Dann kann ich das nächste Runde einfach wieder spielen. Ja, er greift mit fünf an. Er hat drei Verteidigungen, das heißt, er kriegt noch zwei Schaden. Das heißt, er ist sogar noch am Leben. Ja, jetzt kann ich nur leider nicht zurück angreifen. Das heißt, dass ich dann fertig bin für diese Runde. Meine Charakter werden wieder bereit gemacht. Ich bekomme eins auf meinen Bedrohungsgrad. Ich ziehe eine Karte. Decke die nächste natürlich wieder auf. Hier haben wir einmal Gimli. Gibt es jetzt natürlich neu dazu gekommen. Und meine Helden bekommen jeweils eine Ressource. Genau. Ja, wie gesagt, als erstes kann ich einmal das Pony ausspielen. Dann hat Pippin sein Pony wieder. Ich möchte auf jeden Fall eins hier bezahlen. Und lege dann die Pfeife an Gandalf. Dann hat er auch nämlich wieder seine Pfeife. Ich setze die Heilerin hier wieder an, um zwei Schaden von Gandalf zu heilen. Dann möchte ich einmal die Pfeife einsetzen, um Boromir hier oben auf das Deck draufzulegen. Weil ich glaube, gerade ist er eher hilfreich. Und dann kann ich natürlich hier den Ring wieder einsetzen, um Boromir ins Spiel zu kriegen. Ich lege den jetzt mal wieder hier ein bisschen versetzt hin. Ich kann euch zeigen auch nochmal, er hat nämlich plus zwei Verteidigung, solange er gegen jemanden verteidigt, der eine hohe Kampfbereitschaft hat. Also höher als mein Bedrohungsgrad. Das ist natürlich bei dem Gegner hier der Fall. Das heißt, das ist ziemlich gut. Dann kann er nämlich gleich auf jeden Fall gut verteidigen. Ja, ansonsten möchte ich diese Runde nichts ausspielen. Jetzt möchte ich mir nur überlegen, wen ich auf das Abenteuer stelle. So, genau, hier ist ja eigentlich noch keine Karte. Ich glaube, ich werde aber mal die Fähigkeit von ihm einsetzen, um mir die oberste Karte anzuschauen. Dann gucke ich mal, was kommt. Ich lege drei Schadensmarker auf jeden aktiven Ort. Das wäre egal. Das heißt, das ist super. Ich lasse sie mal aufgedeckt. Die kenne ich jetzt ja. Dann kann ich, genau, Mary auch direkt auf das Abenteuer schicken. Frodo schicke ich auch da hin. Bilbo schicke ich auch mal da hin. Und ich glaube, das reicht erst mal. Genau, das heißt, ich mache sieben Fortschritt. Oder sieben Willensstärke habe ich. Dann muss ich natürlich die Karte aufdecken. Die kenne ich jetzt schon. Genau, ich kriege drei Schadensmarker auf jeden aktiven Ort. Ich habe keinen aktiven Ort. Deswegen kommt die Karte direkt weg. Dann kommt der Fortschritt natürlich hier hin. Dann kommen wir zur Verteidigungs- oder Kampfphase. Ich verteidige als erstes gegen ihn hier. Und zwar mit Boromir. Er hat ja plus zwei Verteidigung. Das heißt, er hat jetzt sogar drei Verteidigung. Er kriegt eine Schattenkarte. Der angreifende Gegner führt nach diesem Angriff einen weiteren Angriff durch. Das ist immer eine blöde Karte. Okay. Er greift mit vier an. Er hat drei Verteidigung. Das heißt, er kriegt einen Schaden. Dadurch kann ich aber seine andere Fähigkeit benutzen. Immer wenn er Schaden erhält, kann ich ihn wieder spielbereit machen. Genau, dann greift er nochmal an. Und weil er jetzt ja wieder spielbereit ist, kann ich dann wieder mit Boromir verteidigen. Und ich mache noch eine. Hier ist diesmal kein Schatteneffekt. Das heißt, es passiert nichts. Das heißt, dass er aber wieder einen Schaden bekommt und ich ihn wieder spielbereit machen kann. Genau, dann greift er noch an. Ich könnte jetzt natürlich einen Charakter opfern, aber ich glaube, ich kann auch mal mit Gandalf verteidigen. Das heißt, Gandalf verteidigt. Ich hoffe, dass ich jetzt nichts ganz Schlimmes ziehe. Hier ist kein Schatteneffekt. Das heißt, es bleibt bei fünf Angriff. Er hat drei Verteidigungen und bekommt dann zwei Schaden. Dann kann ich jetzt aber zurück angreifen. Als erstes setze ich einmal die Fähigkeit hier ein. Er bekommt plus fünf Angriff. Das heißt, er ist bei acht Angriff. Dann muss ich ihn aber am Ende der Phase zurück in mein Deck mischen. Er hat aber acht. Und dann geht er zusammen mit dem Schmieden hier. Dann bin ich bei neun Angriff. Mit neun Angriff kriege ich dann den Gegner hier kaputt. Genau, ich lege ihn jetzt schon mal ab. Oder, genau, ich muss gleich halt reinmischen. Und dann greift Bo mir zurück an, zusammen mit dem Pferdenlaser. Dann habe ich einen Angriff von fünf. Das reicht auch aus, um diesen Gegner zu besiegen. Genau, dann sind wir mit dem Kampf fertig. Ich muss hier einmal mischen. Die oberste Karte wird hier wieder offen. Und genau, dann bin ich hier durch. Meine Helden werden wieder bereit gemacht. Ich kann den jetzt auch wieder rumlegen. Ich halte eine Bedrohung. Darf eine Karte ziehen. Und meine Helden bekommen alle Ressourcen. Das erste, was ich mache, ist wieder den Heiler hier einzusetzen. Oder die Heilerin, um zwei von Gandalf zu heilen. Dann setze ich die Pfeife ein, um Gimli wieder hier oben auf das Deck zu legen. Und dann setze ich natürlich den Ring ein, um Gimli dann direkt ins Spiel zu kriegen. Ich zeige mir einmal kurz. Er hat eine ganz gute Fähigkeit. Wenn ein Gegner aufgedeckt wird, dann kann ich Gimli wieder spielbereit machen. Das heißt, mit ihm kann ich auf jeden Fall gut questen gehen. Oder mich dem Abenteuer stellen. Genau, die Karte wird natürlich aufgedeckt. Ja, hier habe ich nochmal einen Stab. Das erinnert mich natürlich, dass ich den Stab hier einsetzen kann. Dadurch darf ich dann eine Karte ziehen. Dann ziehe ich eine Karte und decke die nächste auf. Hier habe ich Stich. Das ist auch eine ganz gute Karte. Die spiele ich jetzt auch direkt einmal aus. Genau, und zwar bezahle ich einfach zwei Ressourcen von Gandalf. Oder sagen wir mal... Ja genau, ich kann ja auch... Ich muss ja gar nicht von Gandalf unbedingt benutzen. Deswegen benutze ich einfach mal eine Ressource hier und eine Ressource hier. Das mache ich einfach mal so. Und darf dann Stich ausspielen. Das lege ich... Stich lege ich an Frodo. Passt natürlich. Dann erhält er plus eins auf alle seine Werte. Das ist schon mal sehr gut. Und dann lege ich einmal hier hin. Die Karte wird aufgedeckt. Genau, die brauche ich glaube ich gerade nicht auszuspielen. Deswegen würde ich sagen, stelle ich mich dem Abenteuer. Ich schicke auf jeden Fall mal... Wobei ich setze einfach nochmal die Fähigkeit hier ein, um die oberste Karte mir anzuschauen. Hier sehen wir kriegen eine Karte mit Nachrüsten. Das heißt, wir müssen gleich direkt noch eine Karte ziehen. Und ich muss meinen Bedrohungsgrad um 3 erhöhen. Okay, das ist nicht so gut. Da bin ich jetzt schon relativ am Limit. Ich setze auf jeden Fall Frodo ein. Merry lasse ich noch nicht, weil ich eventuell seine Fähigkeit einsetzen möchte. Ich setze auf jeden Fall Gimli ein. Ich setze auf jeden Fall Bilbo ein. Den Hammerschmied hier setze ich auch mal ein. Wie viel Fortschritt brauche ich hier noch? 5 Ja, ich schätze mal, das sollte reichen. Das heißt, ich habe... Er hat ja 4 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ja, sollte denke ich reichen. Dann denke ich eine Karte auf. Genau, die hat einmal Nachrüsten und wenn aufgedeckt. Das heißt aber, dass ich jetzt, weil das mit der Bedrohung möchte ich eigentlich nicht machen. Ich gebe eine Ressource aus, um wieder die Karte hier auszuspielen, um den wenn aufgedeckt einer Karte zu ignorieren. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, ob das Nachrüsten auch ignoriert wird. Ich glaube, eigentlich ja. Dembei bin ich ganz sicher, deswegen ziehe ich mal trotzdem eine Karte. Wenn ich dann mal durchlesen. Es ist ein Gegner. Genau, der kommt erstmal ganz normal ins Spiel. Dann spiele ich aber... Setze ich die Fähigkeit von Mary ein, um meinen Bedrohungsgrad um 2 zu reduzieren. Und weil ein Gegner aufgedeckt wurde, Begegnungsgegner aufgedeckt wurde, es macht Gimli spülbereit. Das heißt, ich mache Gimli sofort spülbereit. Genau, dann mache ich hier Fortschritt. 2 gehen weg, dann bleiben 8 übrig. Das reicht dann, um den dritten Abschnitt des Abenteuers zu beenden. Jetzt sind wir natürlich bei den Toren von Moria angekommen. Genau, wir haben einmal die Türen hier. Der eine Effekt ist relativ irrelevant im Solospiel, weil wir können nur Fortschritt machen, wenn wir... Oder das ist der mittlere Teil. Wir können nur Fortschritt machen, wenn wir den Ringträger haben. Im Solospiel haben wir den natürlich immer. Das heißt, hier wäre auf jeden Fall ein kleiner Vorteil. Den anderen Effekt mit anderen aktiven Orten haben wir gerade eh nicht, weil wir nur diesen aktiven Ort haben. Und wo wir natürlich darauf achten müssen, ist, wenn hier Schaden draufgelegt wird, oder zu viel Schaden draufgelegt wird, dann haben wir verloren. Müssen aber 3 Fortschritt machen. Insgesamt, sorry, 9 Fortschritt machen. Genau, und der 2. Teil ist, dass jetzt natürlich der Wächter kommt und mal eben den Ringträger gefangen nimmt. Das heißt, er muss alle Sachen ablegen. Alle Items kommen hier drunter. Und er wird unter den Wächter gelegt. Den schauen wir jetzt jetzt auch mal an. Genau, und wie wir hier sehen, das ist natürlich jetzt der Wächter vor den Toren, der jetzt, genau, Frodo gefangen genommen hat. Er ist unzerstörbar, das heißt, ja, Kampf ist eigentlich sinnlos. Er bleibt in der Aufmarschzone. Das heißt, sein Bedrohungswert hier oben von 5 gilt weiterhin. Aber wir können trotzdem, also er ist trotzdem mit uns sozusagen im Kampf verwickelt. Und wenn wir hier es schaffen, 6 Schaden drauf zu machen, dann kriegen wir unseren Ringträger wieder. Wobei ich jetzt gerade nicht sehe, dass das zwingend wäre. Also, dass wir das machen müssen. Also, in Frodo besiegen müssen. Äh, befreien müssen natürlich, nicht besiegen. Weil hier steht da sonst nichts von. Es kann 2 aktive Orte geben. Okay, passt. Wir müssen, genau, 1 Schadensmacher auf den aktuellen Ort legen. Immer, wenn ein Gegner mit uns in den Kampf geht. Das wird jetzt gleich passieren. Und sobald wir den Ort hier erkundet haben, haben wir aber gewonnen. Das heißt, da können wir jetzt wahrscheinlich einmal Stadt durchrushen. Genau, dann sind wir auch schon, genau, Reisephase. Wir sind schon an einem aktiven Ort. Das heißt, da passiert sonst nichts. Dann in der Kampfphase kommt er mit uns in den Kampf. Das heißt, wir müssen einen Schaden hier auf den Ort legen. Wenn hier 9 liegen, haben wir verloren. Genau, und beide greifen uns in diesem Fall ja an. Dann müssen wir einmal überlegen, wie wir verteidigen wollen. Ja, als erstes würde ich mal sagen, dass ich mit dem vierten Laser des Nordens verteidige. Er hat ja auch 2 Verteidigungen. Das heißt, gegen ihn sollte er, vielleicht sogar überlegen, er hat ja auch 3 Leben. Das heißt, das machen wir mal als erstes. Wir haben einen Schatteneffekt. Der angreifte Kregner, er hat plus 1. Falls in dieser Runde ein Kampf verwickelt wurde. Falls er in diese... Achso, genau. Plus 2 sogar. Das heißt, er hat 5. 2 Rüstung hat er, aber kriegt dann 3 Schaden. Das heißt, er hat es tatsächlich nicht überlebt. Dann greift natürlich hier der Wächter noch einmal an. Ja, ich werde einfach mit Boromir einmal verteidigen. Das heißt, er greift mit 6 an, kriegt aber natürlich noch eine Karte. Hier ist kein Schatteneffekt drauf. Das heißt, er macht 6. Er hat 3 Verteidigungen, kriegt aber trotzdem 3 Schaden. Dann ist Boromir auch hinüber. Genau, dann kann ich aber zurück angreifen. Genau, ich glaube, ihn ignoriere ich einfach, sondern greift nur ihn an. Und zwar greife ich mit Gandalf und Gimli gemeinsam an. Gandalf hat ja 5 Angriff, plus 2 sind 7. Das reicht, um ihn hier zu besiegen. Genau, dann bin ich mit der Runde soweit durch. Das heißt, ich nehme die alle wieder zurück. Mein Bedrohungsgrad erhöht sich um 1. Ich darf eine Karte ziehen. Der kann jetzt gleich hilfreich sein. Farimir ist auch sehr gut. Und ich kriege natürlich eine Ressource. Ich werde direkt den Fähigkeit hier einsetzen, um Farimir ins Spiel zu bringen. Er hat eine gute Fähigkeit. Ich kann ihn abschöpfen. Dann kriegt jeder von meinen Charakteren, glaube ich sogar. Jeder Charakter erhält plus eine Willensstärke. Dann muss ich gleich mal durchrechnen. Eventuell schaffe ich es sogar, einfach den Ort direkt in einem Schwung zu erkunden. Die nächste Karte wird aber aufgedeckt. Ja, ich setze auf jeden Fall mal die Fähigkeit hier ein, um die oberste Karte mir anzuschauen. Da gucke ich mal, was kommt. Und es wird ein Ort sein. Der fügt dann nochmal drei Bedrohungen hinzu. Das heißt, wir haben gleich hier oben acht Bedrohungen. Das heißt, das in einer Runde zu schaffen, dann müsste ich acht plus neun. Da müsste ich 17 schaffen. Und ich glaube, das kriege ich sogar hin. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Hat er irgendeine Sache, die passiert? Ne, genau. Ja, ich müsste das sogar hinkriegen. Ich setze, genau, als erstes benutze ich einmal Ganders Fähigkeit, um den hier ins Spiel zu bringen. Ich schiebe das jetzt mal zurück. Dann habe ich einen zweiten von diesen Dingern, äh, von den Zwerge-Schmieden. Ich kriege eine Verstärkung zurück auf die Hand. Und, ja, so richtig brauche ich keine, aber ich nehme einfach mal das, äh, Hobbit-Pony. Ja, dann setze ich einmal die Fähigkeit von Farimir ein. Ich schöpfe Farimir, um einen Spieler zu wählen. Jeder Charakter, der von jenem Spieler kontrolliert wird, erhält bis zum Ende der Phase plus eins. Äh, genau, dann wechsle ich natürlich jetzt einmal in die Abenteuerphase und setze das dann ein. Also ich spiele sonst keine Sachen aus. Genau, alle Charaktere haben jetzt plus eine Willenskraft. Und dann kann ich, ähm, genau, ich checke jetzt nochmal, ob ich es richtig gemacht habe. Der hat dann zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn. Das heißt, ich bin sogar bei neunzehn. Genau, neunzehn. Dann denke ich eine Karte auf. Die kenne ich in dem Fall schon. Die wird einfach hier oben hingelegt. Dann werden hier fünf Bedrohungen, äh, acht Bedrohungen abgezogen. Das heißt einmal sechs und einmal zwei. Und dann, genau, habe ich mehr als genug, um den Ort hier zu erkunden. Und, genau, wie gesagt, den Frodo muss ich nicht retten. Wahrscheinlich haben wir jetzt einfach, wenn wir die Tür öffnen, dann schafft er sich irgendwie selber freizuholen. Ähm, ah, ne, das stimmt natürlich nicht. Ich habe, jetzt habe ich es gerade verstanden. Ich kann natürlich nur Fortschritt machen, wenn ich den Ringträger kontrolliere. Aber das tue ich jetzt natürlich gerade nicht. Ähm, das macht Sinn. Dann habe ich mir das gerade so einfach vorgestellt. Dann mache ich das einmal nochmal gerade rückgängig. Dann kommt die Karte auch nochmal hier hin. Genau, da muss ich nämlich doch nochmal überlegen, weil ich den doch dann befreien muss. Macht natürlich dann irgendwie thematisch auch ein bisschen mehr Sinn. Genau, ich hatte ja Elrond nur erschöpft. Ähm, dann kann ich jetzt... Ja, gut, dann gebe ich aber doch noch drei aus, um ein End auszuspielen. Der kommt erschöpft ins Spiel. Hat aber eigentlich ganz gute Werte. Ah, genau, ich hatte natürlich ihn erschöpft eben. Ja, vermutlich sollte ich sie dann auch einsetzen, um hier die zwei Schaden zu heilen. Ja, dem Quest stellen werde ich mich natürlich trotzdem. Und, ja, Fortschritt kann ich eh nicht machen, aber ich sollte mindestens eine Willenskraft von 8, auf eine Willenskraft von 8 kommen, damit ich keine Bedrohung bekomme. Dann nehme ich natürlich natürlich am besten die, die ansonsten ja keine hohen Werte haben. Das heißt, ich setze auf jeden Fall Bilbo ein. Ich setze natürlich Mary ein. Äh, ja, wahrscheinlich sollte ich auch die Fähigkeit von Farmy einsetzen. Das heißt, alle meine Charakter haben jetzt plus 1 Willenskraft. Das heißt, genau, Bilbo hat dann jetzt 3, Mary hat 3, dann bin ich bei 6. Und ich setze einfach noch einen von den Schmieden ein, dann bin ich genau bei 8 Willenskraft. Genau, dann muss ich eine Karte aufdecken. Die Karte decke ich auf. Äh, ich hab 8 gegen 8, das heißt, ich mach keinen Fortschritt. Kann ich aber eh noch nicht machen. Und ich muss jetzt zum aktiven Ort reisen. Genau, das heißt, ich reise hier hin. Dann gehen wir rüber in die Angriffsphase. Er greift, genau, an mit 6. Ja, ich würde sagen, ich setze einfach mal meinen Schmied ein, um zu verteidigen. Ähm, genau, kein Schatteneffekt. Das heißt, hier passiert nichts. Dann ist aber mein Schmied besiegt. Dann kann ich aber hingehen und mit Gandalf und mit Gemili angreifen. Beide zusammen haben ja, er hat 5, 6, 7. Das heißt, ich lege 2 Schadensmarker auf ihn drauf. Das reicht noch nicht ganz. Ich brauche insgesamt 6 Schadensmarker, um, äh, genau, ihn hier zu entfernen. Und, genau, dann bin ich durch. Mein Bedrohungsgrad geht natürlich ein nach oben. Ich meine Karte ziehen. Die Karte kriege ich ja offen. Und ich kriege Ressourcen. Ich gebe dann einmal 2 Ressourcen hier aus, um unerwarteter Mut auszuspielen. Ähm, ich könnte die ganz gut auf Elrond legen, wahrscheinlich, oder auf Gandalf. Also, ich zeige nochmal, damit kann ich, äh, quasi einen Helden wieder aktiv machen. Das ist eine sehr gute Karte. Ich glaube, den Ring muss ich aktuell eh nicht einsetzen, deswegen lege ich die Karte mal auf Gandalf. Sieht man jetzt, glaube ich, nicht mehr, aber Gandalf hat hier auch noch eine Karte hier unten jetzt liegen. Dann kann ich jetzt gleich wahrscheinlich mit Gandalf verteidigen und dann direkt auch angreifen. Ja, ich setze die Fähigkeit von Gandalf ein, um die Karte einfach zu spielen. Genau, die hat soweit jetzt, äh, also der Effekt passiert nichts, weil ich ja keine, ähm, Zustandsverstärkung habe. Und hier oben ist sogar noch einer gekommen. Ich glaube, die Infos zu haben, äh, von ihm ist schon ganz hilfreich. Das heißt, ich setze ihn wieder ein, um die Karte hier anzugucken. Dann aufgedeckt, ähm, ja, genau. Also, hier würden mich jetzt die, äh, Wax einmal angreifen oder Kampfbereitschaft, äh, reduzieren. Aber, weil ich keine Wax habe, muss ich die nächste Karte eh aufdecken. Das heißt, im Endeffekt weiß ich jetzt nicht, was passiert. Ja, ich setze dann, genau, mehr spiele ich nicht aus. Dann stelle ich mich dem Abenteuer. Ich setze die Fähigkeit von Farin ja natürlich wieder ein. Das heißt, alle meine Charaktere haben plus einen Willenskraft. Das heißt, ich setze einmal Böbo ein. Ich setze einmal Mary ein. Ja, ich setze einfach mal hier den, äh, End auch ein. Er hat ja vier sogar. Das heißt, ich bin jetzt bei drei, sechs, zehn. Ich setze mal, das sollte reichen, damit ich keine Bedrohung bekomme. Dann, genau, decke ich die oberste Karte auf. Ähm, genau. Wax habe ich nicht. Oder Waxgegner habe ich nicht. Deswegen muss ich die nächste Karte aufdecken. Das hier ist ein Wetter. Genau, das ist die Karte, die haben wir eben schon einmal gesehen. Ich muss das Wetter jetzt an einen Ort legen. Dann kann ich maximal drei Fortschritte in einer Runde auf dem Ort machen. Ist das nicht super, ist das aber auch nicht allzu schlimm. Da ich zwei aktive Orte habe, würde ich mir, ja, denke ich mal, kann ich mir das aussuchen. Das heißt, den hänge ich hier dran. Genau, dann sehen wir hier, dass wir fünf haben. Wir haben natürlich mehr. Ich darf aber nur drei Fortschritte hier machen. Das heißt, ich lege einfach eine Drei-Fortschritte hier drauf. Natürlich wegen der Gewetterkarte. Dann greift natürlich der Wächter wieder an. Ich verteidige mit Gandalf. Und muss eine Schattenkarte aufdecken. Der verteidigende Spieler legt eine Verstärkung ab. die kein Ziel ist und die er kontrolliert. Okay. Ja, ich lege einfach mal den Stab ab. Wobei, den kann ich eigentlich einsetzen. Gleich noch. Ja, aber ich lege einfach den Stab ab, weil ich noch einen zweiten... Ah, nee, ich lege den Ring ab. Weil ich habe auch noch einen zweiten Ring. Und von den Ringen darf man nur einen haben. Aber genau, bevor ich es vergesse, setze ich dann auch mal meinen Stab ein, um eine Karte zu ziehen. Genau, das war meine Verteidigung. Achso, ich hätte natürlich den Angriff zu Ende abhandeln müssen. Er greift mit sechs an. Ich habe drei Verteidigungen. Das heißt, ich kriege drei Schaden. Dann mache ich Gandalf wieder spülbereit, indem ich den Würfel, also die Fähigkeit, seine neueste Verstärkung hier unten einsetze. Und dann kann ich jetzt angreifen. Ich werde, genau, auf jeden Fall genug Angriff haben. Das heißt, ich habe hier fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Genau, das reicht auch schon. Mit zehn Angriff mache ich dann fünf Schaden. Ich bin bei sieben. Jetzt habe ich sechs oder mehr Schaden. Das heißt, ich habe Frodo frei gekämpft. Wie gesagt, der Schaden hier ist ansonsten jetzt egal, da ich ja hier eher unzerstörbar ist. Genau, und ich habe Frodo mit seinen gesamten Sachen wiederbekommen. Da muss ich einmal kurz ein bisschen neu organisieren. Genau, jetzt haben wir Frodo soweit wieder frei gekämpft. Dann können wir nächste Runde hoffentlich hier, genau, gut Fortschritt machen. Das heißt, ich bin fertig. Darf eine Karte ziehen. Mein Bedrohungsgrad geht auch noch ein nach oben natürlich. Und ich kriege Ressourcen. Ja genau, und ich muss auf Frodo einen Schaden legen. Das war ja der Effekt von dem Wächter. Die Karte darf ich sehen. Ja, das ist das Schwert von Aragorn. Wobei ich das auch an einen noblen Helden anlegen kann. Ein nobler Held wäre beispielsweise Frodo. Ja, dann gehe ich hin und setze einmal den Stab ein, um eine Ressource für Frodo zu generieren. Das heißt, er hat zwei. Dann bezahle ich zwei Ressourcen, um die Gemeinschaft des Rings einzusetzen. Jetzt erhalten alle meine Helden plus eine Willenskraft. Dann hoffe ich mal, dass es genug ist, um jetzt gleich alles zu erkunden. Oder genau, den Ort hier fertig abzuschließen. Ich setze einmal zwei Ressourcen ein, um noch so einen Zwerg auszuspielen. Den lege ich jetzt einfach mal hier versetzt hin. Ja, ich setze auch mal das zweite Pony ein, um das Frodo zu geben. Dann kann ich mit Frodo ja auch erst später reagieren, um mich dem Abenteuer anzuschließen oder nicht. Wobei ich jetzt direkt auch nochmal die Fähigkeit von ihm einsetze, um mir die oberste Karte anzuschauen. Wir kriegen jetzt gleich einen Ort, der hat einen Bedrohungswert von zwei. Das heißt, wir haben dann gleich hier sieben. Das heißt, wir brauchen sieben. Dann brauchen wir hier drei. Sind wir bei zehn und hier neun, dann müssten wir quasi auf 19 kommen. Ich glaube, das könnte ich schaffen. Ja, ich setze noch die Fähigkeit von Gandalf ein, um hier die oberste Karte auszuspielen. Das ist ja eine neutrale Karte, deswegen kann ich hier beliebige Farben benutzen. Die Karte hänge ich jetzt auch an Frodo ran. Das heißt, er hat jetzt nochmal plus eins, plus eins, plus eins. Also Frodo ist jetzt ziemlich gebufft. Er läuft jetzt mit einem... Genau, er hat plus ein eine Willenskraft, wegen seinem Titel, dass er adelig ist. Er hat plus eins von seinem... Von Stich. Er hat plus eins von der Ringgemeinschaft. Und er hat auch noch plus eins von der... Von dem Schwert, was ich ihm gerade gegeben habe. Ja, dann setze ich einmal die Fähigkeit von Farinir ein. Das heißt, alle meine Charaktere erhalten jetzt nochmal plus eine Willenskraft. Genau, das heißt, meine Helden erhalten jetzt ja plus zwei, wegen der Ringgemeinschaft. Das heißt, ich habe hier vier. Plus fünf sind neun. Plus fünf sind vierzehn. Plus sieben sind einundzwanzig. Und genau, das reicht auf jeden Fall dicke. Ich setze einfach alle meine restlichen Charaktere ein. Dann bin ich über dem Wert, den ich brauche auf jeden Fall. Genau, weil ich jetzt ja die Karte einfach aufdecke als nächstes. Die wird hier oben hinzugefügt. Dann wird meine Willenskraft um sieben reduziert, weil hier oben ja eine Bedrohung von sieben liegt. Dann... Der aktive Ort ist der... Okay, sogar nur sechs, weil der Gegner hier minus eins sogar hat. Dann lege ich drei hier drauf. Das sind neun, wie gesagt. Und dann hier neun, also 18 müsste ich schaffen. Das mache ich. Ich habe ja den Ringträger, deswegen darf ich hier Fortschritt machen. Und dann... Genau, der hat keinen Schaden bekommen. Genau, und deswegen habe ich den Ort hier auch sofort erkundet. Genau, das müsste es jetzt gewesen sein. Ja, genau, weil wenn der Ort erkundet ist, haben wir das Abenteuer geschafft. Ja, das war das Abenteuer. Dann schauen wir uns natürlich nochmal die Auflösung an von der Kampagne. Und genau, wie man hier sieht, hätten wir jetzt die Börder ganz am Anfang in unser Deck gemischt und hätten wir sie jetzt bekommen, dann hätten wir sie dauerhaft in unserer Kampagne gehabt. Ist gut, dass wir das nicht getan haben. Dadurch war dieses Szenario natürlich ein wenig schwerer. Und hier ist natürlich noch ein kleiner Flavortext, dass wir jetzt natürlich in die Minen gekommen sind. Ja, das Deck, würde ich sagen, hat auf jeden Fall ganz gut funktioniert. Ist natürlich eine extrem starke Kombination hier mit dem Ring, dass man dann die Verbündeten umsonst reinkriegt. Das hat mir gerade am Anfang, ich glaube, so einen guten Zug, wie ich im ersten Zug hatte. Das war eigentlich schon ideal, weil ich alles im ersten Zug gespielt habe. Ja, der Gegner war jetzt gar nicht so einfach. War doch relativ viel kämpfen in dem Szenario. War ein bisschen anders als die anderen Szenarien bisher. Die anderen Szenarien waren ja viel, dass man sich verstecken musste und viel Fortschritt machen muss. Aber genau, war jetzt mal eine ganz interessante Abwechslung. Ich denke, das nächste Mal spiele ich einfach nochmal mit dem Deck. Dann können wir es noch ein zweites Mal ausprobieren. Und dann werde ich mal sehen, wann es thematisch natürlich sinnvoll ist, Gandalf loszulassen. Da muss ich mir nochmal genau überlegen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich diese Karten alle in meinem Deck behalte. So wie ich das verstehen würde, ja. Und die habe ich am Anfang meinem Deck hinzugefügt. Genau, ja. Dann war das auf jeden Fall das Solo-Play von der Hey der Ringe, das Karten-Spiel. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß dabei. Die Kampagne werde ich natürlich weiterspielen. Als nächstes geht es dann natürlich Richtung Moria. Da bin ich sehr gespannt drauf. Da werden wir vermutlich natürlich dem Balrog begegnen. Dafür muss ich natürlich Gandalf auf jeden Fall noch dabei haben. Und dann schauen wir mal, ob wir ihn bezwingen können und ob Gandalf vielleicht da überlebt. Aber genau, das sehen wir dann natürlich. Ich sage auf jeden Fall erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.